in meiner reihe ein stempel set fünf ideen zeige ich dir heute mit dem stempel set flaschenpost einen kleinen rucksack gefaltet aus einem quadratischen blatt papier es könnte auch ein kleiner schulranzen sein ja wie das geht das zeige ich dir jetzt also bleibt unbedingt dran hallo und herzlich willkommen in meiner kreativwerkstatt schön dass du dabei bist ich bin angela von der stempel familie mein projekt heute ist diese kleine schultasche oder dieser kleine rucksack gefaltet aus einem quadratischen papier ich habe ihn hier aus einem papier 6 x 6 inch das sind 15,2 x 15,2 zentimeter das ganze ginge auch größer hier aus einem großen 12 x 12 inch noch nicht fertig gestaltet weil ich mir noch nicht sicher bin ob das eine tasche oder ein rucksack wird diesen unterschied wie das geht das zeige ich dir auch zwischendrin ja heute das stempel set noch einmal flaschenpost gezeigt hatte ich damit ja schon diese maskiertechnik auf der karte dann diese besondere box die hier drin eine hidden flat card versteckt hat mit einer extra botschaft was hatten wir noch wir hatten auch so eine lichtertüte auch ganz einfach und schnell gestaltet zum geburtstag oder eine pop-up karte hier haben wir auch die flaschenpost die hippos bringen flaschenpost genau und jetzt also das fünfte projekt die kleine verpackung der rucksack was brauchen wir dazu gar nicht viel die gestaltung siehst du ja gibt auf verschiedene weisen ich schon öfter gemacht kleine größe was passt hier rein flaschenpost heißt es ist auch was mit flaschen drin aber mal schauen ob es noch da ist es ist weg und zwar eine mini tüte mit gummi bärchen wahrscheinlich hat sie eine gefuttert du kennst ja diese kleinen haribo cola fläschchen mini tüten passt da wunderbar rein war die grundidee wie gesagt nur ist es weg egal wir nehmen jetzt den papierschneider mit dem man auch falschen kann ich habe mir zugestückt ein quadrat in sechs mal sechs inch das sind 15,2 x 15,2 zentimeter falten ist immer so eine mischung aus falten und schneiden oder schweizen mit dem papierschneider weil das papier hier ist etwas dicker und um da genaue falzen mit irgendwelchen maßen hin zu bekommen nehme ich gern den papierschneider zum falten ich habe schon mal was getan ich habe mein quadrat einmal zum kopftuch gefaltet das heißt kopftuch drehe es um 90 grad und falte in die andere richtung noch mal dieses dreieck nehmen wir jetzt legen die geschlossene seite nach rechts ein schneide klinge weit weg falls klinge ist dran bei einem inch ich bleibe es auch in in stinger auch alles in zentimetern müsste ich auch anders berechnen weil ich rechne das nicht eins zu eins um sondern versuche dann immer glatte maße zu finden wenn ich mir nicht so verschwiegen schwierige zahlen merken muss okay also geschlossene seite spitze hier offen lege ich ein bei einem inch und ziehe eine falsche linie gucke dass die ordentlich durchkommt ordentlich gezogen ist wenn ich das jetzt auf meinem papier ganz exakt haben wollte würde ich das mal nach links und rechts falten genau weil wenn ich das beides hier lang falls jetzt ist schon wieder ein viertel millimeter verschiebung drin also falte ich das mal so okay das haben wir jetzt halte ich wieder auf hier ist meine linie und jetzt falte ich von dir spitze an dieser mittellinie lang bis zu diesem knick hier also bis zu diesem knick soll ich wollte einmal um bis zu diesem knick das wäre schon beinahe schief gegangen bis zu diesem knick und das ganze drehe ich jetzt einmal um in diese richtung lege ich jetzt meine falte und diese spitze hier unten ran und dann wird das ganze exakt wie gesagt ich könnte es auch doppelt falzen in eine richtung aber es wird dann verschiebt sich und je mehr ich doppelt falte aufeinander falte umso größer wird die verschiebung da ist mal schnell in millimeter zusammen okay aufhalten hier ist unsere linie links und rechts die ecken falten nach innen und falten jetzt das ganze in die andere richtung hoch hier ist wieder die offene seite hier die geschlossene und mit der legen was wieder in den papierschneider ein mit dem man auch falzen können und jetzt bei einem halben mensch und noch mal hier drüben kann ich sehen und hier in der mitte kann ich nachprüfen da ist noch mal die das raster aufgemalt in zentimetern und ins ich suche mir die ins linie bei einem halben inch halte das schön fest halte hier drüben die spitze falte runter nehmen wir meine falls linie ich schaue dass sie ordentlich da ist und könnte wieder einzeln oder doppelt falzen egal ob es auch und der seite alles wunderbar da beides um gefaltet du siehst könnte das jetzt nicht so falten und das mache ich auch er kann jetzt weg und jetzt ist wichtig wir haben noch mal hier die ecken eingeklappt hier unsere linien von der ersten faltung hier unten der stets bei einem halben in stehen falte ich jetzt hoch halte ihn oben fest und gehe an diese spitzen hier hier diese linie ist jetzt meine linie ich nehme diese ecke und mache eine tüte draus und nicht praktisch die kannte von der seite von unten hier an meine linie dran falls sie das ganze glatt und auf der anderen seite genauso hier ist meine linie da geht sie hoch ich nehme also diese kannte und falls sie sich herum und da wir innen jetzt gleich eine gegenfaltung machen falten wir auf und drehen das ganze noch mal um haben ja hier die linie haben hier den knick aber falzen in diese seite richtung auch noch mal an die linie so haben wir jetzt wird alles aufgefaltet das ganze auf hier sind meine eingeklappten ecken hinten vorne und das in der mitte wird der boden diese seite hier durch die gegenfaltung nachher für das volumen was meine tasche bekommt zeigt das schon mal so ein bisschen hoch so ist die idee und jetzt habe ich hier diese spitzen die falte ich einfach nach innen und lege sie hier rein und hier drüben genauso nach innen und lege sie rein schaue dass ich an meiner linie bin hier drüben genauso und dann ist die erste seite schon groß fertig und das zeige ich jetzt hier oben nochmal also hier unten ist mein boden hier ist die spitze die ecke die schräge und die zwei felder gehen genau aufeinander und hier drüben genauso genau aufeinander hier meine ecke und jetzt habe ich hier oben das glatte linie eine gerade linie und da kann ich das als klappe rein falten und dann wäre dieses element meiner vorderseite sehen wir schon warum das element steht hier vorne genau und jetzt wäre der moment wo ich vorhin gesagt habe bei dem großen weiß ich noch nicht ob das eine tasche wird oder ein rucksack das gleiche machen wir jetzt der anderen seite auch also wieder dieses diese spitze da rein falten hier drüben genauso und schon sitzt das und wenn ich es jetzt genauso wie hier vorne flach runter fallte also flach hier in rein falten kannst du dir sicher vorstellen hätte ich keine tasche ich möchte aber einen rucksack haben also halte ich es jetzt diese ganze seite hier vorne rüber dass das alles schön gerade ist über diese halben und viertel millimeter haben wir ja schon gesprochen muss ich dann immer mehr verschiebt aber du siehst so wäre meine gestaltung und jetzt gucke ich an welcher stelle in welcher höhe ich diese spitze einfach nach innen falte damit ich vorne eine gerade kannte dazu habe ich ja diese mittellinie und ich gehe jetzt mal nicht ganz so weit sondern dass hier dann ist die klappe etwas länger und da setze ich das und im besten fall ist das gerade wenn ich muss ich noch mal nachbauen ja dass die grundform des rucksacks und jetzt kann ich mir überlegen ob ich klebe oder ob ich so lasse wie es ist wenn ich klebe dann klebe ich diese beiden felder hier hinten an und diese klappe hier komplett zu und dann hält das ganze gut in form geklebt habe ich es hier und dann siehst du habe ich wirklich nur noch so eine kleine fläche da passt dann wunderbar meine gummibärchen tüte rein wie gesagt ist alle oder liegt woanders man weiß es nicht und das gestalten wir jetzt einfach fertig ich klebe diesen mal nicht ich lasse ihn so ich gestalte das jetzt hier vorne ich nehme mir ein stück karton im grund weiß und mein stempel set mit der flaschen post habe das sogar schon vorbereitet beziehungsweise immer noch stempel hier mal zu dem papier passend in seeladon könnte auch loden grün nehmen dann wird es einfach ein bisschen intensiver und stempel hier meine flasche drauf vielleicht nehme ich gleich noch den zweiten abdruck ok und eine noch ganz blass warum nicht und dann stand sich die nummer zwei und ich würde einfach nur mal 1 und 2 jetzt aufeinander kleben und fertig ist das schon mal stempel vom finger das gesehen ich gucke das stempel kissen an und überlege oft ich farbe daran krieg und schon habe ich sind ja ich klebe die einfach aufeinander dann ist das ganze etwas fest war das jetzt so der grundplan und dann nehme ich meine abstands klebepunkte die großen habe ich hier liegen und setzte unten drei stück drauf relativ weit unten weil das wird mein regel für die klappe du könntest natürlich auch magneten anbringen oder bändchen warum nicht nur schultasche regel und klett was du eben hast so das klebe ich unten drauf schon mittig und gerade das war mein lieblingsthema mit sich und gerade genau und dann habe ich die klappe oben dahinter fest fixiert jetzt habe ich aus alpha west dem stempel selbst beziehungsweise produktpaket noch so ein element gestand gestempelt wo ich aber sehe so ein rahmen der funktioniert gar nicht der ist zu groß durch letztendlich zu klein also nehme ich jetzt den stempel so alles lieber aus der flasche und verwende von alpha west die handstand für das kleine schild und das setzt sich jetzt vorne drauf auch da können wir natürlich noch mal ein abstands klebepunkt nehmen warum nicht hier ist noch mal aufgesprungen musste also gut knicken und oben schön ran falten aber das hält vertrauen dort läuft mein rucksäcke sie liegen ja hier schon eine weile das funktioniert hier alles liebe damit haben wir die grüße schon mal untergebracht unserem kleinen rucksack und dann habe ich aus dem produktpaket herzens post könntest du aber genauso einfach einen streifen aus farbkarton schneiden von einem zentimeter ich habe mal weil sie da lagen die stanzform hier diese beiden schrift streifen dann muss immer so gleich für meine gute verwendet dadurch haben diese leichte prägung zieht ihr jetzt über mein falls bei die beiden langen und unten an einer seite in die andere richtung das kleine ende dieses hier dann nehme ich dir die blut als die mini klebe punkte und setzte die mal hier unten auf den kleinen schnipsel und damit hat den vorteil dass ich das ein bisschen dann drehen und biegen können die setze ich einfach hier unten an die ecken noch mal ein bisschen schräg und dann kann ich oben mein gott auch schräg fixieren und da setze ich jetzt auf diese seite die nächsten klebe punkte 1 ist der zweite gut so sitzen da gut verpackt werden sie nicht nehmen uns gleich das doppelt abweiß klebeband und jetzt hier eine schlinge legen also so um mittellinie haben wir ja da setze ich den einen schräg an und den anderen so ein bisschen schräg daneben kann man ein bisschen schieben dass eben der vorteil der punkte und dieses kleinere stück nämlich auf die rückseite so in der breite etwa von meinem kleinen ranzen von meinem mini rucksack klebe ich mir ein stück auf links und rechts ist ja es bleibt was übrig ist ja breiter schneide ich gleich ab so klebe ich hier gerade drauf nehmen meine schere und wie gesagt schneide ich ab jetzt wäre der moment dass wir sagen wir sind fertig oder noch nicht wir sind noch nicht fertig ich setze da noch so ein bisschen in dem fall in gold solche kleinen metallik perlen auf je nachdem was du hast an bling bling ja drüben tue ich mal so als ob da noch vielleicht eine lasche darunter wäre also gefakte schnallen und hier unten sind natürlich auch genietet bestimmt meine mieten drauf ja da oben setzt sich vielleicht nichts hin weil ich das ist den träger des rucksacks am rücken stört praktikabel noch sein und fertig ist mein mini rucksack nummer eins nummer zwei jetzt habe ich schon eine galerie das liegt daran dass ich das video schon mal gedreht hatte ist vielleicht gemerkt und der ton war nicht da deswegen gab es das gar nicht deswegen komme ich heute ein bisschen später mit meinem video aber die idee ist ja das ding das ganze als schulranzen vielleicht sind noch schulanfänger unterwegs viel auf die für den ersten schultag auf dem weg zum ersten schultag ja rucksack zum wandern 1000 ideen wo man wann man rucksäcke verschenken kann ein stempel set fünf ideen damit wäre das stempel set flaschen post abgeschlossen vielleicht gibt es noch eine zugabe gab es ja letztens auch schon mal hätte ich noch so eine stelle frauze wäre noch mal schauen ok ich hoffe dir hat meine anleitung gefallen gib mir gern einen daumen hoch abonniere meinen kanal wenn du das noch gemacht noch nicht gemacht hast dann verpasst du keine meiner weiteren ideen alle verwendeten materialien kannst du natürlich direkt über mich kaufen in meinem online shop oder du schreibst mir eine mail hier geht es weiter mit noch mehr anleitungen und tipps also bleibt dran ich freue mich auf dich in einem meiner nächsten videos bis dahin deine angela von der stempel familie